Skoda enthüllt auf dem Genfer Autosalon 2014 den Octavia Scout. Das Modell basiert auf dem Octavia Kombi und signalisiert Offroad-Kompetenz mit um 33 mm Höhe gelegtem Fahrwerk und entsprechender Geländebeplankung. 17 Zoll Alu-Räder runden das Optikpaket ab. Dank größerer Böschungswinkel soll der Scout auch anstrengenderes Terrain entsprechend meistern. Anfahrverhalten und Steigfähigkeit sollen ebenfalls verbessert worden sein. Premiere bei Skoda feiert im Scout der 184 PS TDI Motor in Kombination mit dem 6-Gang-DSG. Der neue Scout kommt im Herbst 2014.